Sooo, genau, wo kommt die Wall of Fame? Meine Katze sagt nicht Miau, meine Katze sagt Mies. Hat sie sich schon abgeguckt? Hat sie sich echt abgeguckt? Bist du das? Ja. Nein, ich bin ein Creeper. Wo soll denn die Wall of Fame hin? Darfst dir überlegen. In Weiß. Auf dem Berg! Auf dem Berg, Alter. Bin ich geil. Ja, irgendwo muss man die aber gut sehen halt, ne? Ja, ja, so dass man sie wie dieses Hollywood-Schild so von Weitem so sieht. Und die schwebt so über allem. Weißt du? Ja, aber auf welchem Berg? Wo denn? Entweder auf dem spitzen Penis oder... Ich hab den Berg. Auf dem spitzen Penis? Da muss man aber nämlich erstmal hochkommen, Junge. Ja, ja. Wir bauen da so einen Aufstieg. Das wird so ein Abenteuer. Erkennst du das Weltwunder in Peru? Nö. Hat die Peruanerin uns von erzählt. Ja. Ist diese Indianerstadt da auf diesem Berg da mies, mies hoch. Also richtig hoch. Mies wollten wir uns abgewöhnen. Hoch. Sehr hoch. Ja. Total enthoch. Hier ist so ein Krüppel-Ding. Noch. Da haben wir mal den Sonnenuntergang angeguckt. Ja. Kannst wegmachen. Nee. Denk mal, Mann. Eigentlich finde ich... Was? Nein, das kann weg eigentlich. Nee, das ist wichtig. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich gerade von diesem Peru-Ding da erzählt. Ja. Da musst du auch erstmal hochlatschen. Und zur World of Fame auch erstmal. Ist ja auch ein Weltwunder. Ja, Mann. Guck mal, hier ist die Wüste, Alter. Hoch, 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 hoch und dann Untergang angucken. Ganz toll. Da schwimmt ein Schaf im See in der Wüste. Also im Fluss neben der Wüste. Ich könnte es holen, aber wir können die auch vermehren. Ich habe gestern Boxen geguckt, ne? Hast du auch geguckt? Wer hat geboxt? Äh... Ich kann die Namen nicht sprechen. Irgendein Schwarzer, ähm... Ja, wie hieß denn der nochmal? Äh, Cunningham gegen, äh... Äh, Ayo Pablo oder so. Okay. Cruiser Gewicht. Also das war ganz cool eigentlich. Das war richtig heftig guter Kampf, ne? Der eine, äh, also hier Cunningham, der war, äh, nach der vierten Runde schon fast K.O. Und er, äh, ist zweimal zu Boden gegangen und beides mal wieder hochgekommen. Und dann hat er sich mal die, äh, Denkpause gerettet und dann ist er mies abgegangen. Haben wir noch nie so gesehen, ne? Aber wo ich hier gerade stehe... Was? Wo bist denn du? Sag doch, Junge. Auf dem Berg. Da, ich seh dich. Dreh dich um. So rechts neben dir. So, hier. Nee, andere Seite. Da, wo du die Achse fällst. Ja, ich seh dich. Okay. Da, wo... In die Richtung, wo ich gucke, ist ein mieses Loch in dem Berg. Haben wir nie gesehen, weil wir auf der Seite nie waren. Komm mal hierher, bewegt dich mal hierher. Ich seh nicht, in welche Richtung du guckst. Ähm, mach mal Steuerung, drück mal Steuerung. Du hast auch Optifine, ne? Ja. Dann zoomst du mies. Ah, cool. In die Richtung, wo du gerade guckst. In die da, wo ich gerade gucke, ja. Du hast ein mieses Loch im Berg. Ja, kannst auch hier hochkommen. Und hast Holz? Ich brauch Holz. Ich bin so dumm, ey. Ich geh hier hoch ohne Holz für die Wall. Ja, ich hab Holz. Ich brauch das zwar auch für die Mühle, aber egal. Wie bist denn du da hoch? Abenteuer. Ich schwimme zu dir. Die Sonne geht unter, ne? Das wird gleich richtig lustig, wieder zurückzukommen. Ich boxe sehr scharf von der Klippe. Pam. Sah aggressiv aus. Lebt's noch? Kein Plan. Oh, jetzt muss ich... Ah, da kommt mein Easy hoch. Ja, da ist es, ja. Soll ich's töten? Ne, ich werf dir ne Schere runter, dann kannst du's scheren. Oder? Nö. Okay. Wäre auch die Leute-Saktion geworden. Ich werf dir ne Schere runter. Dumm. Ich plättere hier oben gerade ein bisschen das Gelände. Eigentlich cool. Hier so ein Tannenwald direkt neben der Wüste. Hast du dich da hochgebaut, oder wie bist du hier hochgekommen? Nö, ich bin da hoch. So Ecksprünge. Ja. Was ist Ecksprünge? So ein bisschen um die Ecke geläutert, ne? Ja, ich weiß. Geht aber nicht immer, aber... Meistens. So, jetzt bin ich auch da. So, wir können ja schon mal was sagen, ne? Wir wollen vielleicht auch irgendwann ne Adventure mitbauen. Hab ich jetzt einfach mal rausgehauen. Jetzt stehen wir in der Pflicht. Aber hatten wir schon länger überlegt, dass wir... Ey, 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 ey. Guck mal hier. Ja. Guck mal in die Richtung, wo ich gucke. Das... Da ist Moorgebiet. Das ist cool. So weit hat sich die Welt bei mir nicht aufgebaut. Aber guck mal hier das Loch an. So. Finde ich irgendwie lustig. Kannst du auch was Mieses hinbauen. Stimmt, das sieht cool aus eigentlich. Da und es ist jetzt. Jetzt sind Viecher da. So, wie viel brauchst du denn? Ich gebe dir mal 10 unverarbeitetes Holz. Damit musst du klarkommen. Ich brauche aber auch die andere Farbe. Beides? Gib mir von beiden 10. Das reicht. Okay, danke. Sehr freundlich. Ja. Euer Junge, nächstes Mal denkst du da dran, ne? Ja. Jetzt muss ich nochmal Holz holen. Ist aber eigentlich ganz chillig hier oben, ne? Ja. So. So, jetzt muss ich... Was ist denn da? Warum ist da Cobblestone? So. Da ist Cobblestone. Genau. Da. Da haben wir mal gepennt, als wir aus diesem Loch rausgekommen sind. Wussten wir nicht, wo wir sind. Und haben uns da reingebaut und gepennt. Aber ich weiß gerade nicht, was du meinst. Aber Hauptsache, da ist kein Spawner. Geh da mal rein. Dann weißt du sie da. Jetzt ist hier ein Creeper, meine Fresse. Warte, ich mach ihn kurz mit dem Bogen platt. Ich baue hier so einen einigermaßen akzeptablen Aufgang. So geht. So, jetzt kommt man da hoch, wenn man will. Ja. Ich bin ne Spinnen. Ja, mach ich kurz platt. Lass mal, Junge. So, warte. Von der anderen Seite kommt man da rein. So viel zu wir ziehen, mies. Aber ey. Hängt sogar noch ne Fackel drin. Ja. Weil hier haben wir mal drin gepennt. Ja. Okay. Wir sind aus dem Loch da rausgekommen und wussten nicht, wo wir sind. Dann haben wir den Lavaberg entdeckt und so. Ja, genau. Das ist bestimmt. Ja. Jetzt mach ich noch mitten in der Nacht ein bisschen Holz. Vielleicht trifft's ja irgendwie. Kann man eigentlich auch schnell schwimmen? Ja, ne? Ja, was hab ich denn für ne Scheiße gemacht? Kann man auch sozusagen sprinten im Wasser, also schnell schwimmen? Geht das? Ich weiß nicht. Hab ich noch nicht ausprobiert. Mit so nem Trank geht's, ja. Ja. Tränke machen wir uns später. Oh, lol. Hä, lol, lol. Bau jetzt hier entspannt einfach mal ab. Und ich hab hier so ne einigermaßen coole Treppe gemacht. Und so. Das gefilte ich hier so ein bisschen. Und so. Oh, mein Auto steht, das ist die Wall. The Wall of Fame. Yeah. Ist einfach nur so ne stumpfe Wand, die hier einfach... Für die Kisten brauch ich übertrieben für Holz, ne? Hm. Ja. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Neun. Sack, zack. So. Ich seh den gefälten Baum nicht. Jetzt muss er nur noch schön werden. Vielleicht müssen wir ja irgendwann ne zweite Wall of Fame errichten. Neun, fünf, fünf. Reicht nicht. Shit. So, jetzt geh ich auch Holz holen. Alter. Du gehst Holz holen? Schlawiner, du. Ja, ja. Ja, Äpfel sind tatsächlich nicht so selten. Aber wir verzaubern sie bald. Und das wird cool. Wenn hier noch irgendwo einer liegt, ne? Nimm mit und pack ihn in die King-Kiste. Ja. Junge, was das denn hier? Oh, cool. Ich glaub, ich hab grad noch einen Apfel auf die Nase gekriegt. Direkt in meinem Inventar gelandet. Das war witzig. Hihi. Hihi. Zombie, Zombie und irgendwo ist noch ein Creeper. Aber jetzt seh ich ihn grad nicht. Das ist scheiße. So, wo hol ich den Holz? Ne, da sind nicht so viele Monster. Ich geh mal auch da hin. Oh, ich hab Hunger. Ich bin grad richtig am Arsch. Ey, irgendwo hier war ein Creeper und ich seh ihn nicht. Okay. Warte mal, ich wechsel mal zum coolen Schwert. Wenn man's schon hat, ne? Soll man's ja auch nutzen. Aber wenn ich hier gleich aus dem Wasser komm, erwartet mich nichts Einfaches. Wo bist denn du? Ich schwimme. Ja, aber wohin? Zum Haus? Ähm. Ne, hier ist so ein Wald. Da, siehst du mich? Da steht der Creeper auch. Ach, da bist du. Da steht der Creeper. Ach, scheiße, stimmt. Danke mal, Alter. Hä, mein Schwert geht grad ab, ne? Wenn du doppelklick haust, irgendwie so richtig schnell, dann fährt's der richtig weit weg. Okay. Good to know. Da sind drei Skelette. Wollen wir's mit denen aufnehmen? Ähm. Warum nicht, ne? Ach, weißt du was? So. So, ein Baum fäll' ich noch und dann reicht das. Wir können die World of Fame irgendwann auch mit Gold verzieren. Ja, können. Wohin muss ich, wohin muss ich da? Weil jetzt steht da einfach nur so ne... Ich fäll' noch ein Baum. Jetzt, jetzt mach ich die Mühle. Jetzt wird aufgehört zu chillen. Jetzt geht's wieder weiter hier. Los, 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 los. Wir sind jetzt zu Ende. Jetzt geht's los. Weiß, was ich mein... Drei Kisten haben wir immer noch, von den Spawnern. Ach komm, ich fäll' noch ein Baum. Kostet ja heutzutage nichts. Einfach Kupfernagel rein und fertig. Ich fäll' noch ein Baum, von den Revolver. Revolver? Irgendwie. Ja, von David Getter. Wann ist sie? Wann ist sie? Nee, wann ist sie nicht. Nee, wann ist sie nicht. Wann ist sie aber ein Kudus? Ich kenne David Getter. Der David Getter, wer ist das? Chakabam. Nee. Oh, steht da ein Creeper, Alter. Wie ich Creeper hasse, Mann. Ja, angeblich hab' jetzt 35 Kisten, ne? Reicht das? Nee, keine Ahnung. Ah, und die EP wollte ich haben, Alter. Na, sorry. Oh, diese Saplings, ne? Was ist, ob die irgendein Mensch braucht? Ja, die braucht man sogar. So, ich hab' noch. Ach, cool, ich hab' noch. Ach, cool, ich hab' noch Schere. Den Kaffner noch. Die ganze Menge an Holz. Schaf rettet sich immer auf die Insel. Der Bauer. Es wär' Tag, ne? Cool, Alter. Ich höre einen brennenden Zombie, ich sehe ihn. Ich schlag' ihn mit meinem Schwert. Eigentlich unnötig, aber ne, ich krieg' EP. Yeah. Wie viele hast denn du jetzt ungefähr? Ja, du... Mh... Eigentlich war acht alle Striche voll, aber ich hab' noch nicht neun. Okay. Ja, 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 ja. Oh, heftig. Ich hab... Ich hab' jetzt 71 Kisten. Reicht das? Keine Ahnung. Bau' hin und guck' dann. Halt die Fresse, ja? Halt die Fresse, ja. Oh, komm, hier so'n Schaf, ey. Weiter. So. Au. Spinnen sind tagsüber ja voll die Opfer. Du haust die, dann greifen die dich an, haust die nochmal und dann hört sie auf, dich anzugreifen. Ja? Aber sie lebt noch, ja. So. Äh, was mach' ich? Ich glaub, ich wollt grad Dreck essen. Glückwunsch. So weit bist du schon. Mhm. Cool, ne? So weit bist du ja. Cool, ne? Auch ne voll überzeugt. Ja. Aber dann traust du dich was mit. Jeder mag rum. Ja. Ich hab' was erreicht im Leben. Ja, ja. Ach. Alter, in zwei Jahren haben wir Abi. Das ist mir mal so aufgefallen. Nicht mal, oder? Äh, nee. Nicht mal. Es sei denn, wir verkacken's irgendwie. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Aber nö, ich denke, das schaffen wir. So. Fällst du noch Holz? Nö. Oder machst du dich schon Wall? Bin Wall. Bin Waller. Die steht jetzt, die hat jetzt auch Stützen. Zwei epische Stützen, die man gleichzeitig als Treppe nutzen können. Hat das Ding in der Mitte? Das wär jetzt zumindest noch geil. Hat's sogar. Alter. Hat er Zufallprinzip gemacht. Ich baue hier oben auch ein Crafting Table hin, ne? Das war nicht hier so, ne? Aber hinter der Wall. Der steht hinter der Wall. Lass einfach mal Mauer sagen, sonst regt's auf, ja? Ja. Mauer der Berühmten. Server-Spieler. Ich schreib jetzt Wall of Fame dahin, ne? Ja. Wow. Ich schreib, nö. Doch, ich schreib jedes Wort am Anfang groß. Und so sieht's scheiße aus. Ich geh jetzt ab mit die Kissen, ne? Nur off schreib ich klein. Ich mach die Kissen jetzt mies übereinander und so. Nein, ich schreib. Ich schreib komplett groß. Sieht aber richtig cool aus, ey. Wall of Fame. Sieht so ein bisschen mickrig aus. Sieht so ein bisschen mickrig aus. WDR mediagroup WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR